Willkommen bei Profi-Schnap.de im Schnäppchenkeller. Heute habe ich ein Job-Schnäppchen für Sie von Himbola produziert, Modell 8151. Sofa mit Vollrelexbeschlag, elektrisch, wall-free, vier Motoren, in Leder Longlife 22 Rustica, Wolke, 2,10 Meter breit, ein Messestück. Schöne Form, klassisch, fester Sitz, schöne seitliche Kuhfe, hier auch das Original Job-Zeichen und vier Tasten, Sie haben hier vier Tasten versteckt. Ich lasse mal das Kopfteil hoch, das war zu weit, dann habe ich Hochlehnenkomfort, schon mal gut. Dann fahre ich den Sitz aus, die Fußklappe kommt und jetzt schiebt der Sitz nach vorne, ich gehe in die Relax-Position. Toll, einfach toll, nicht zu sehen. Klassische Farbe Weiß, passt zu allem, natürlich hervorragend zu schwarz, zu rot, zu coolen Farben, gut zu kombinieren, langlebige Form, tolle Marke Job, finde ich. Himbola, ein toller Produzent. Und das ist ein Messestück zu einem ganz, ganz tollen Preis. Der Sitz hier kann das Gleiche, probiere ich es mal aus, ob es stimmt, jawohl. Was Sie brauchen ist eine Steckdose, aber das haben Sie wohl. Sie können das Ding ja fast an die Wand stellen. Tak, tak, tak. Und jetzt haben Sie zwei Luxusplätze. Ganz einfach, intuitiv, greife ich hier rein und schon funktioniert es. Blendend. Ich kann Ihnen das Stück nur ans Herz legen. Kombinieren Sie nach Lust und Laune. Kaufen Sie sich was Besonderes zu einem besonderen Preis. Himmola, 81, 51, jo, schnappen Sie zu. Hier Lutz Reinhardt und Tschüss.